Musik Mein Name ist Rudi Hafeldner. Ich bin der Gruppenkommandant der Sprenggruppe Süd-3. Ich bin im normalen Abschnittsfeuerwehrkommandant des hier zuständigen Feuerwehrabschnittes Bottenstein. Der Sprengdienst ist in die vier Landesviertel unterteilt, also wir haben vier Sprengzüge und unser Zug ist das Industrieviertel, der Zug Süd und da sind wir die dritte Sprenggruppe, also darum Süd-3. Die heutige Sprengung eines Schornsteines hier im Ortsgebiet von Hirtenberg nahe der Tristing wird eine Schornsteinsprengung einer ehemaligen Textilfabrik sein. Diese Textilfabrik, ehemals Firma Keim, ist so im, ich vermute im 18. 19. Jahrhundert hier entstanden. War wie gesagt eine Textilfabrik. Der Schornstein, den wir heute sprengen werden, hat eine Höhe von rund 40 Metern und an der Basis, dort wo wir unsere Bohrlöcher anbringen, eine Ziegelmauerwerkstärke von zwischen 1,10 bis 1,40 Meter Wandstärke. Wir werden in dieses Objekt 55 Bohrlöcher hineinbohren und werden dort eine Gesamtmenge von 14.520 Gramm Ausdrogel, das ist ein Sicherheitssprengstoff, unterbringen, werden das mit 55 zeitverzögerten Sicherheitszündern versehen, werden die Zündung elektrisch durchführen und diese Sprengung so abtun. Man nennt das Abtun, wenn man die Sprengung zur Zündung bringt. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Ja, mein Name ist Roland Dettlinger, bin Feuerwehrtechniker, Mitglied der Feuerwehr Oberwaltersdorf und im Sonderdienst des Sprengdienst der Sprenggruppe Baden tätig. Wir Sprenggruppe Baden sind ein Sonderdienst des Landes Niederösterreich. Wir haben verschiedene Einsatzszenarien, zum Beispiel Retten und Bergen, Eisstoß, Hochwasser, Damm sprengen oder jede andere Dienstleistung. Wir setzen uns aus verschiedenen Feuerwehren in ganz Niederösterreich zusammen. Wir Sprenggruppe Süd haben 50 Mitglieder aus dem ganzen Industrieviertel. Für uns ist es wichtig, dass man sich als Gruppe kennenlernt, miteinander arbeiten lernt, miteinander arbeiten übt, sich aufeinander verlassen kann für den Einsatz, damit der eine den anderen im Einsatz quasi blind vertrauen kann. Wir spielen, dass wir im Saal zusammen mit der anderen Seite einigen, dass er nur an, was wir nicht so genau tun. Wir stellen uns auch an, was wir sehen, dass er nicht so weit ist. Wir kommen zu dem Landwirt, aujourd'hui einen Preffen mit dem Kommen. Ich bin Heiziger, wir kommen zu dem Kommen. Wir schauen uns an, was wir sehen, wir können mit der anderen Seite, wir gehen mit dem Kommen. Wir kommen an, was wir erkennen, wir haben eine große Erknein. Leben im Saal zusammen. Wir kommen an, was wir sagen, wir können in der letzten Richtung es mal plan, Wir haben da unseren Schadenstein, da finden gerade jetzt die Bohrarbeiten statt. Wir werden ungefähr, oder das heißt ganz genau, 55 Bohrlöcher in das Mauerwerk hineinbohren, um dann die Lademenge von rund 14 Kilo Sprengstoff auch dort unterzubringen. In weiterer Folge wird der Sprengstoff, den wir uns vorhin schon drin angeschaut haben, der in Vorbereitung ist, dann in den Bohrlöchern untergebracht, wird mit Besatzpatronen, die mit Sand gefüllt sind, dann verdämmt und in weiterer Folge die Zünderträte miteinander verbunden. Und dann als Abschluss, wenn wir das alles fertig haben, müssen wir noch, und das sieht man dann eh da oben, wir haben so alte Matratzen vorbereitet, die wir als Splitterschutz dann noch über den Bohrlöchern anbringen werden, damit dann die Streuwirkung nicht allzu groß wird und da keine kleinen Steinteile davon pflegen werden. Das war's für heute. Das war's für heute. 1 3 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 6 7 doch relativ umfangreich sind, kommen zuerst einmal viele, viele behördliche Genehmigungen dazu, dass man das machen darf und auf der anderen Seite muss man auch oder müssen wir im Feuerbereich eine Sprengenehmigung des niederösterreichischen Landesfeuerwehrkommandanten einholen, um solche Sprengungen überhaupt durchführen zu dürfen. Um diese Sprengenehmigung des Landesfeuerwehrkommandanten zu bekommen, müssen wir zwei unabhängige Berechnungen abliefern, also Sprengmittel und Zünderberechnungen, um Gefahren oder Fehlerquellen möglichst ausschließen zu können. Diese beiden Berechnungen werden von Sprengbefugten unserer Gruppen dann durchgeführt. In diesem Falle ein Sprengbefugter aus meiner Gruppe, der Gruppe Süd 3 und ein Sprengbefugter der Gruppe aus Wiener Neustadt aus dem Nachbarbezirk haben diese Berechnungen durchgeführt. Die wurden beide eingereicht. Wir haben uns dann gemeinsam auf eine dieser beiden Berechnungen dann beschlossen, diese durchzuführen. Nach einem vorgefertigten Bohrlochschema werden dann die Bohrlöcher in das Mauerwerk eingebracht und in weiterer Folge dann der Sprengstoff vorbereitet und in die Bohrlöcher geladen. Wir werden dann mit den üblichen Sprengsignalen, erstes Sprengsignal bedeutet Räumen des Streubereiches, auch die Sperren aufrecht halten. Wir werden nach dem zweiten Sprengsignal unmittelbar die Sprengung durchführen und so gegen 15 Uhr sollte alles wieder erledigt sein. Das dritte Sprengsignal gibt dann den Streubereich wieder frei und stellt die Sicherheit her und somit können wir dann im Endeffekt die Straßensperren bzw. Radweg-Sperren wieder abbauen. Das dritte Sprengsignal gibt dann die Momente oder ein wenig zu Feuer! Wow... Wow... I'm ready in the world to answer What I've done wrong in my life It's nothing, I promise, it's not enough to make you cry, I'm only human after all, I, I'm only human after all.